Kapitel 25 Was getan werden muss Draco hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Was machte dieser Gryffindor nur mit ihm? Wie konnte er ihm so vorbehaltlos vertrauen und sich so um ihn sorgen? Es musste doch andersherum sein. Er war der Heiler. Er musste sich um seinen Patienten sorgen. Draco hatte Harry noch eine Weile beruhigend über den Rücken gestreichelt, bis das Schwarzhaarige wieder eingeschlafen war. Dann verwandelte der Blonde einen Sessel in eine Couch, auf die er sich legte. In seinem Bett würde er nicht zur Ruhe finden, das wusste er. Am nächsten Morgen wachte er vor Harry auf. Er blickte auf den schlafenden Mann und eine Wälder der Zuneigung erfasste ihn. Er hatte sich wirklich Hals über Kopf verliebt. Er liebte alles an diesem störrischen, mutigen und sanften Helden. Und alles, was Harry ihm erzählt hatte, ließ seine Liebe nur noch tiefer werden. Er wünschte sich von ganzem Herzen, dass Harry ihm irgendwann erlauben würde, ihm seine Liebe zu zeigen. Nicht nur um seiner selbst Willen, sondern auch um Harrys Willen. Dazu kam neben dem wunderbaren Wesen dieses Mannes, dass er sich auch nicht an ihm satt sehen konnte. Er würde so gerne die Konturen seines wunderschönen Gesichts mit den Fingern entlangfahren. Seine Hände in seinen verstrubbelten Haaren krallen, seine Lippen auf die das Gwyffendors legen, ganz sanft nur, um ihn seiner Liebe zu versichern. Dann über seine breiten Schultern, über den muskulösen Rücken nach unten gleiten, um dann seine Finger in den knackigen Hintern zu versenken. Ein Seufzen entfuhr ihm und als er wieder in Harrys Gesicht sah, stellte er erschrocken fest, dass zwei grüne Augen ihn amüsiert musterten. Ich wüsste zu gerne, was dir gerade durch den Kopf geht, sagte Harry mit einer vom Schlaf frauen Stimme, die Draco durch Mark und Bein ging. Äh, ich, ähm, ich hab mich nur gefragt, ob du Verletzungen vom gestigen Tag davon getragen hast. stammelte Draco. Damit brachte er Harry leider gleich auf schlechte Gedanken, aber die Wahrheit war alles andere als angemessen. Harry setzte sich ächzend auf und rieb sich den Brustkorb. Zu Dracos Entsetzen zog er völlig hemmungslos sein Shirt über den Kopf, aber alle unkeuschen Gedanken waren beim Anblick von Harrys Brust schlagartig verschwunden. Verdammt, Harry, entfuhr es Draco. Harrys Brustkopf war tiefblau, an meinten Stellen fast schwarz. Ich werde mal Diptam holen, sagte Draco und verschwand kurz. Er kam gleich darauf zurück und hielt Harry den Tegel hin. Dieser sah ihn mit diesem Blick an, dem Draco nichts entgegenzusetzen hatte und bat vertrauensvoll. Kannst du das machen? Ich mag deine Berührungen. Sie beruhigen mich. Und das mit der Umarmung lassen wir jetzt wohl lieber erstmal. Draco nickte. Elisa hatte recht. Harry hatte keine Ahnung, was er für eine Wirkung auf den anderen hatte. Er war der Held, er war mutig, er kämpfte gegen das Böse und sah dabei auch noch verboten gut aus. Eben, weil er es nicht darauf anlegte. Und gleichzeitig gab er sich mit einem Vertrauen in Dracos Fürsorge, die diesem Verbot etwas anderes als Harrys Seelenheil an erste Stelle zu setzen. Draco sprach den Sterilzauber und begann vorsichtig, Harrys Brustkorb einzureiben. Harry hatte sich wieder hingelegt und die Augen geschlossen. Er schien die Behandlung sehr zu genießen. Wie fühlst du dich? Wollte Draco wissen. Er musste sich von diesem Anblick ablenken. Harry antwortete nicht sofort. Gestern, als ich die Magie-Spießen an den Handgelenken hatte, war mir eiskalt. Ich, ich hatte solche Angst, Draco. Er blickte Draco jetzt an. Es tut mir leid, Harry, antwortete der Blonde. Es muss schrecklich für dich gewesen sein. Harry nickte. Ich wusste nicht, was mit dir passiert war. Niemand wollte mir sagen, wie es dir geht. Sie haben mich behandelt, als wäre ich ein wildes Tier. Harry, das wird ein Nachspiel haben, das verspreche ich dir. Ich bin so froh, dass Elisa das mitbekommen hat und zu dir gelangen konnte. Ja, sagte Harry leise. Sie hat mir zugehört und sie hat Ron und Hermine geholt. Plötzlich setzte er sich auf. Er sah Draco mit weit aufgerissenen Augen an. Ron und Hermine, hauchte er. Sie waren da. Ich musste nichts erklären. Sie haben sofort gewusst, was zu tun ist. Draco lächelte. Ja, Harry, sie haben mich gefunden. Ron hat den richtigen Zauber gesprochen und sie haben mich zu dir gebracht. Und zusammen mit Elisa haben wir dich hierher gebracht. Zum ersten Mal sah Harry sich bewusst in dem Zimmer um. Du bist bei mir zu Hause, Harry, sagte Draco und wartete gespannt, wie der Gryffindor auf diese Mitteilung reagieren würde. Harry sah Draco an und ein so ehrliches Lächeln erhellte sein Gesicht, dass es Draco einen schmerzhaften Stich gab. Wirklich? Du hast mich zu dir nach Hause gebracht? Fragte Harry ungläubig. Draco rief sich Elisas Worte in Erinnerung und wappnete sich gegen diesen wundervollen Mann. Ja, Harry, nachdem, was die Gäste mit Mungus widerfahren ist, dachte ich, dass du wohl kein Vertrauen mehr in diese Einrichtung haben würdest. Ich denke auch, dass wir die erforderlichen Gespräche hier führen können. Zu den Untersuchungen bei Heilerin Kensten nehme ich dich mit ins Mungus. Und Elisa wird ihre Behandlung hier durchführen. Ist das in Ordnung für dich? Harry schwang seine Beine aus dem Bett und stand auf. Draco musste sich beherrschen, nicht gleich nach ihm zu greifen. Aber Harry wartete kurz, bis er sich erstand und machte dann ein paar Schritte. Darf ich das Zimmer verlassen? Fragte er Draco. Sicher, nickte Draco. Du kannst dich in der Wohnung frei bewegen. Ich habe allerdings eine Barriere an der Wohnungstür angebracht. Ich hoffe, das ist okay für dich. Harry nickte. Draco hatte die Barriere in erster Linie angebracht, um ihr Heiler-Patienten-Verhältnis weiter zumindest halbwegs aufrecht zu erhalten. Nachdem Harry gestern die Fixierung durchbrochen hatte, ging Draco davon aus, dass die Barriere im Zweifel kein Hindernis darstellen würde. Dennoch sollte Harry sich, noch, nicht einfach nur als Gast fühlen und auch für Draco war es eine Hilfe. Draco wusste, dass es dem Schwarzhaarigen nichts ausmachte. Vermutlich gab ihm diese Tatsache auch hier Sicherheit. Als Harry nur mit seinen Shorts bekleidet nun durch Dracos Wohnung ging, musste der Blonde schlucken. Dann fiel sein Blick auf Harrys Handgelenk und eine unsägliche Wut kochte in ihm hoch. Du hast vorhin gesagt, dass dir ganz kalt war, als du die Magie schließen getragen hast. Wie geht es dir jetzt? Harry drehte sich um und sah Draco an. Dann hob er den Arm und kurz darauf schwebte ein Buch, das neben Draco auf dem Regal gelegen hatte, in Harrys Hand. Harry taumelte kurz und musste sich setzen, da seine Beine drohten nachzugeben. Draco blieb der Mund offen stehen. Harry schien das nicht zu bemerken, denn er sagte, Okay, das geht noch nicht so gut. Harry, du kannst, das war... Draco fehlten die Worte. Harry sah ihn verwundert an. Du hast keinen Zauberstab. Entfuhr es Draco jetzt. Harry zuckte mit den Schultern. Einfache Zauber wie Akio gehen auch ohne Zauberstab. Aber das hat mich eben ziemlich viel Energie gekostet. Scheint eine Auswirkung der Schließt zu sein. Dann dachte Draco daran, dass Harry die Fixierung durchbrochen hatte. Dafür hatte er schließlich auch keinen Zauberstab zur Verfügung gehabt. Und das war ein wesentlich komplexerer Zauber als ein Akio. Du weißt, dass du die Fixierung überwunden hast. Das war der Grund für die Magie schließen. Sagte Draco jetzt. Stimmt. Kann auch sein, dass ich deshalb noch nicht wieder so viel Energie habe. Gab Harry zu. Dann bemerkte er Dracos fragenden Blick und erklärte. Ich hatte Angst. Ich wollte unbedingt wissen, was mit dir los war. Der Heiler hat mich die ganze Zeit gefragt, was ich mit dir gemacht hätte. Er hat mir überhaupt nicht zugehört. Darum wollte ich aufstehen und selbst nach dir sehen. Harry sagte das, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Naja, gab Draco zu bedenken. Zwischen Wollen und Können ist bei so einer Fixierung üblicherweise ein ziemlich großer Schritt. Er erinnerte sich, dass auch er bei der ersten Untersuchung bereits gespürt hatte, wie die Fixierung unter Harrys Magie vibriert hatten. Es war ja nicht nur so, dass ich es für mich wollte, weil es unangenehm war. Ich musste wissen, was mit dir geschehen ist. Harry sah Draco jetzt etwas verständnislos an. Verstehst du das nicht? Würdest du nicht auch zu mir wollen, wenn du Angst um mich hättest? Draco erneuerte sich als Heil bei den Sterilzauber und setzte sich neben Harry auf die Couch. Er fasste an dessen Schulter und sah ihm fest in die Augen. Natürlich würde ich das wollen, Harry. Aber ich bin ziemlich sicher, dass mir mein ganzer Wille nichts nutzen würde, weil ich einfach nicht so ein mächtiger Zauberer bin wie du. Draco rief Harrys Shirt herbei, um endlich nicht mehr den muskulösen, wenn auch malträtierten Oberkörper direkt vor den Augen zu haben. Da Harry sich nicht äußerte, fuhr Draco fort. Harry, ist dir das nicht klar? Niemand hat bisher die Fixierung durchbrochen. Die Magie schließen haben wir noch nie für jemanden benutzt, der bei uns fixiert war. Wenn überhaupt, dann wurden diese zur Überführung von Häftlingen gebraucht. Und das auch nur als Vorsichtsmaßnahme. Harry sah hinab auf seine Handflächen. Um die Handgelenke hatten sich ebenfalls blaue Striemen gebildet, die Draco nun sanft berührte. Ich habe in den letzten Jahren so viel aus reiner Intuition herausgemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich für alle meine Zauber überhaupt einen Zauberspruch hatte. Sagte Harry nachdenklich. Dann blickte er Draco an. Aber was hat es mir genützt? Ich bin allein und daran bin ich selbst schuld. Draco glaubte, das Sehen Harry in die Arme zu schließen, müsse ihn zerreißen. Du bist nicht mehr allein, Harry. Du kannst hier bei mir bleiben, solange du willst. Sagte er und griff nach Harrys Händen. Harry blickte auf ihre verschränkten Hände. Eine ganze Weile schwiegen sie. Dann hob Harry wieder den Kopf und fragte. Darf ich Creature rufen, damit er mir ein paar Sachen bringt? Ja, sicher, sagte Draco. Er stand auf. Weißt du was? Du rufst Creature und richtest dich ein und ich mache uns ein Frühstück. Harry strahlte ihn an und nickte. Einverstanden. Um. Um. Vielen Dank.